Und ja, dann willkommen auch auf dich, äh, auf dich vor allen Dingen willkommen an dir auch bei YouTube. Aufnahme läuft. Ich bin aber liegen, eine Folge von Unchemical gestern, also von den drei, es waren drei Folgen, ist mir gestern schon wieder, äh, äh, zerstört worden durch die Aufnahme. Ich werde es so machen, dass ich jetzt immer so ab drei, zwei Aufnahmen beende das Programm und das wieder neu starte. Aber vielleicht hilft es dann. Ähm, bin mal im Vollbildmodus für den Stream. Tschüss, Chat. Hab keinem Bier im Petto. Man, weil hier wird doch kein Bier getrunken. So, also zumindest nicht bei mir. So, ähm, ja, wie gesagt, wir haben gestern aufgehört bei der, ähm, ja, Reise mit Max. Und zwar mit diesem großartigen Cliffhanger in der Zeitschleife. Wir sehen schon, Tornado rückt immer näher an Arcadia Bay. Arcadia Bay ist ja nur noch eine Ruine. Und vielleicht ist der Tornado auch, ähm, hat das was mit den Zeitsprüngen zu tun. Man weiß es nicht. Man weiß es alles nicht. Wir werden es heute definitiv rausfinden. Ich denke schon, ich vermute mal, dass die Episode, naja, ich denke mal, vielleicht circa noch eine Stunde geht. Hallo Luper, ich grüße dich. Ähm, willkommen zur Let's Play Live Show. Ich denke mal, dass es noch circa so Stunde bis anderthalb, denke ich mal, vermute ich mal, dass es geht. Weil wir haben gestern ja schon zwei Stunden gespielt. Und, ähm, mal gucken. Gestern hatte jemand gesagt, dass es der PewDiePie, glaube ich, in zwei Stunden durchgespielt hat. Wir haben ja gestern schon zwei Stunden gebraucht. Der ist wahrscheinlich durchgerannt. Kann ich mir anders nicht vorstellen. Und, ähm, ja. Müssen wir mal schauen. Gronkh ist übrigens bei der heutigen Folge auf YouTube, habe ich heute noch, na, nicht mehr angeguckt, aber gesehen. Ähm, das Vorschaubild ist ja wohl an der gleichen Stelle. Da, wo wir gestern auch aufgehört haben. 26, 26 Wasser in braunen Flaschen. Und drei Cola-Flaschen. Cool. Geil. Cool. So. Mal eben noch schnell aufs Handy gelucht. Und, ähm... So. Mhm. 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 Da, Entschuldigung. Da bin ich wieder. Ähm, ja. Jetzt noch kurz irgendwas loswerden. Äh, so. Ja, mein Gott, ach, zuschauen schon. Wie gesagt, 20 Uhr geht's gleich los. Mit Life is Strange. Würde ich auf YouTube. Du kannst ja weiter, äh, spulen, falls du keine Lust hast, hier das dämliche Gelabe von mir anzugucken. Guck mal, der Herr Gotox ist auch schon da. Guck mal eine an. Der liebe Gotox ist auch schon da. Hab dich schon gesehen. Einen wunderschönen guten Abend auch an dich. So, ähm... Ja. Was wollte ich sagen? Genau. Heute erwartet euch auf jeden Fall nochmal Horror. Ja, gestern gab's ja keinen Horror. Gäb's ja... Gestern gab's ja... Boah, gestern haben wir drei Sachen gespielt. Life is Strange. Wander. Und Unchemical. Unmechanical. So. Und, äh... Knabbergedöns ist auch mit... Mit bei. Okay, und... Sollte bloß mal 26... Ein... Was? Einmal 26? Okay. Einmal 26 stehen. Achso, sollte nur einmal 26 stehen. Achso. 26 Wasser in der braunen Flasche. Und drei Cula-Flaschen. So rum ist richtig. Genau. Ähm... Ja. Gut, gut. Warten wir noch ein bisschen auf die anderen. Ich hab... Ich bin heute irgendwie schon wieder wunschlos glücklich. Ich hab schon wieder nichts um. Keine Uhr, alles. Warte mal eben. Warte mal. Warte mal. Warte mal. Oh, ich hoffe, das Kabel reicht. So. Warte. Warte, 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 warte. So. Ah, da bin ich wieder. So. Jetzt mal wieder. Banane spinnt. Ist nix Neues. Würde ich sagen. Ist nix Neues. Kennt man ja. Ne? Banane, der kleine... Jetzt wollte ich schon sagen, der kleine Spinner. Aber stimmt ja auch nicht. Banane spinnt. Ist immer relativ, wie sie bezeichnen. Doch, ich höre mir alles an. Du hörst ja alles... Achso. Okay. So. Ja, hallo Godox. Siehst du, da ist er schon. Guck an. So, jetzt hab ich wieder... Ne? Alles um. Uhrzeit auch. Am Start. Dann weiß ich mal, wie es spät ist. Obwohl, ich kann's ja sehen eigentlich. So. Ja, mein Gott. Hallo, lieber Herr Bananenbrot. Ich grüße dich. Schön, dass du da bist. Wie geht's denn so mit dem Rumspinnen? So. Ja. Dann werde ich mich mal gemütlich zurücklehnen in meinem kuscheligen Stühlchen. Und dann werden wir jetzt gemeinsam in die... Eben das Kabel eben hier kurz richten. Na, so viele Kabel hier in den Kontrollen. Ihr könnt euch gar nicht vorstellen. Ich bin echt mal überlegen. Habe ich mal vor, dass ich eventuell mal irgendein Freitag oder ein Samstag mal so hinter die Kulissen mit der Kamera filme. Wie das aussieht, wie ich mich so auf den Stream vorbereite. Und das werde ich dann mal so auf YouTube stellen. So, werde ich mir so eine Kamera hier so positionieren. So hinter mir. So ungefähr hier so. Ja, filme das so. Wie ich das Setup so aufbaue. Und ähm... Werde das dann auf YouTube hochladen. Damit ihr so mal seht, was so hinter den Kulissen passiert, bevor der Stream anfängt. Ja, und das... Und wird die Kamera dann hier... Hoopala. Dann wird die Kamera hier so positioniert. Und dann zeigt gleich so ein bisschen mitlaufen mit dem Stream. Ich habe alles gehört. Was soll das denn heißen? Keine Ahnung. Looper hat geschrieben, Banane spinnt. Weiß ich nicht. So. Ich würde sagen, zwei Minuten vor, fangen wir an, ne? Fangen wir an. Gibt es einen kurzen Ladebildschirm und dann geht es auch schon los. Und wir haben hier gestern aufgehört. Und der Gang kann eigentlich nicht real sein, weil der Gang so nicht existiert hat. Also mit der... Mit der Tür. Und da haben wir... Was? Sie hat einen... Kate sieht sich selber. Sein Geist? How could you let me jump off a roof? You were the only person I trusted here. But you never really listened to me. Now I'm never going to heaven. Instead, you've stuck me in hell. Alone forever. No. Kate. I was only trying to save you. Kate! No! 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 Hä? Ähm... Ja. Zirka schon eine bisschen durch. Ja. Schauen wir mal eben auf den Plan. Aua. Ah. Das ist mir... Mir juckt der Fuß. Mir juckt der Fuß. Mir juckt der Fuß. Da juckt mir der Fuß. Max Hallfield. Kate Marsh. Das 222. Wir gucken mal. Ich muss noch mal nach Kate schauen. Das ist eine Endlosschleife. Ähm... Ich tue mal jetzt gerade so, ja? Als würden wir ein Spiel spielen. Mal gucken, ob ihr rausfindet, was für eins. Mal gucken, ob ihr rausfindet, was für ein Spiel ich jetzt gerade meine. Na? Was spiele ich gerade? Mal gucken, ob jemand draufkommt von euch. Am Wuterschönen guten Abend, Schwabble. Ich grüße dich. Willkommen zur Let's Play Live Show. Was für ein Spiel könnte ich jetzt wohl spielen, wenn ich das damit meine? Die Tür geht auf. Und derselbe Raum kommt. Ja! Jawohl! Pity! Genau, hallo Popocop. Ja, du Popocop haben es richtig geraten. Aber wie mich das jetzt so daran erinnert hat mit diesen... Können wir die auch öffnen? Kann es sein, dass wir vielleicht zu unserem Raum müssen? Warte mal. Pity! Genau, Pity! 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 219 war unser Raum. Max Callfield. Wir schauen... Ja, ich weiß, dass es nicht endet. Wir müssen mal gucken, ob wir bei uns reinkommen. Ähm. Es wird gerade sehr nebelig. Ich probiere mal jede Tür aus. Irgendeine Tür wird ja wohl schon funktionieren, denke ich mir mal. Ach du Scheiße. Boah, jetzt kommt gleich die PT-Alte und springt uns ins Gesicht. Ich glaube, ich fall dann vom Stuhl. Das gibt's doch nicht. Warte mal, die Türen hatten wir jetzt hier vorne alle, ne? Was ist denn hier? Kommen wir hier? Da haben wir einen Schlüssel. I got the key! I got 218! Showers. Kommen wir in die Showers rein? 218. Wo haben wir denn 218? Hier vorne. Das ist hier. Okay, die ganzen vermissten Ausschreibungen von Rachel Amber. Speed ist die key. Das renn wir an Benni. TV-Launch, okay. Okay. Instant-Bombfäller-Outfit. Ja, aber wie? Ich, ähm... Was? Was? Suck, Victoria. Ich will die nicht spielen, die Victoria. Erstmal ins Damenklo gehen. Naja. Warum hab ich das nur irgendwie gewusst? Wie groß sie aber auch ist, ne? Hi, Tetei. Ich bin die Victoria. Victoria. Ich bin die Schütze der Schule. Wie lustig. Ich weiß gar nicht. Ist das gleich jetzt gerade auch schon wieder aufgefallen? Mir ist das jetzt schon zweimal aufgefallen. Wenn sie durch die Tür geht, ich hoffe, sie kommt jetzt nochmal durch die Tür, dann wächst, sie wächst, sie wächst dann immer so ein bisschen. Müsst ihr mal drauf achten. Achte mal so auf den Kopf und die Decke. Dann wächst die immer so, wenn die durch die Tür gegangen ist. Pass auf. Plopp. Voll geil. Was? Instant-versaute Schulmännchen-Outfit. Was? 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 Warte mal, wo ist denn... Wo ist denn... Wo ist ihr Zimmer eigentlich? Wo war nochmal Victorias Zimmer gewesen? Ich schau mal eben auf die Karte nochmal. Victoria Chase da. 221. Waren wir da nicht schon gewesen? 221. 221 ist hier. Hier waren wir, glaube ich, noch nicht. Okay, die ganzen Bilder von uns, die wir geschossen haben. Puh. Ich bin ein bisschen besorgt, was das angeht. Ich bin ein bisschen besorgt, was das angeht. Alles läuft rück. Aber rückwärts? Kommt das wieder der coole Song? Bitte Aber rückwärts, was? Ich glaub der Song läuft auch rückwärts Ich liebe ja diesen Song vom Anfang, der ist ja voll geil Wir sprechen auch rückwärts Huch, hallo? Komm mal, mach voll den Moonwalk, komm mal da unten Irgendwie total witzig, ne? Wischt der denn jetzt auch rückwärts dann? Das ist mein Grund und mein Rund Willkommen, normalerweise müsste er doch rückwärts wischen, oder? Ja, komm mal auf! Warum wischt er denn vorwärts? Also richtig. Was sagt er? Er spricht aber auch mitwärts. Sie sind alle auf Banane. Ja, ich glaube auch. Was er in irgendeinem Jeans sieht aus, obwohl er die Hollande tanzen, dann hat er gemerkt, dass er kein Geld vom Taxi am nächsten Morgen hat. Ja. Entschuldige mich bitte, aber das ist gerade total lustig irgendwie, aber auch irgendwie traurig. So, jetzt schauen wir mal. Was? Was? Willst du mich verarschen? Wir müssen zum... Willst du mich verarschen? Move faster R2, okay. Please understand, Max. The only place I can be my selfie... Ciao. Hua! Was? Wie kann er jetzt auf einmal da sein? Was? I can't believe you like that hillbilly murder me in cold blood. Hey, das... Ich bin sicher in der Lighthouse. Was? Vielleicht werde ich wohnen. Was ist dein Spark, Max? Ich dachte, ich könnte dein Professor sein. Hua! Hua! Ähm... Ich habe gerade... In der Tür gerade Rente gelesen, okay. Ich habe in der Tür gerade Rente gelesen, okay. Ich habe jetzt herausgefunden, dass du nie ein Artist sein werde. Viel weniger ein Fotografer. Komm her, Max. Die Klasse ist verabschiedet. Wir müssen auf jeden Fall zum Leuchtturm. Ach, du Kacke. Nein! Scheiße. Was ist das denn da oben? Für ein Leuchtturm. Was? Das... Das... Er hat mich gerade ein bisschen. Muss ich ganz ehrlich sagen. Lauf schneller! Nein! Scheiße! Alter, was ist das? Das sind alles, alles unsere Erinnerungen. Alles, was wir erlebt haben. Boah, krass. Ape, Ape, Ape. Who wants to go Ape? Go Ape, go Ape, 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 Ape! This price can't just show up at Blackwell in a wheelchair and think we're going to accommodate her every win. You dig my wheels, Max? I wish I could press a button. Hey, Max. Admit it, Max. You're just jealous because Victoria actually do the work while you do nothing and whine. And you can't keep saving her over and over and over and over. Alter, ist das krass gemacht. Da ist er von vorne. Ich kann endlich sehen, dass ich sie durch ihre Kliniken sehe. Willst du sagen, Rachel? Verdammt, Max! Wach dich! Komm, komm! Hallo, Niki. Willkommen zur Let's Play Live Show. Boah, ich glaube, wir haben es geschafft. Oh! Alter! Alter! Alter, was ist denn das? Prost! Boah, ist das krass gemacht. Alter Schwede. Ich bin ein wenig mitgenommen, weil wir haben ja alles erlebt und so. Hä? Was? Warum sind wir in einer Glaskugel? Warum? Warum? Ach. 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 Ich lasse ihr wissen, dass. Nein. 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 Hi, Honey. Ich habe nur ein wunderbarer Abend mit Chloe und Max. Willkommen zur Let's Play Live Show. Was? Nein. Nein, wir können nichts tun. Wir können nur zugucken. Oh, I didn't know you have to get groceries. Of course, I'll come with you. Now I'll have an excuse to get a mocha. Be there shortly. Love you. Excuse me, ladies. I have to go rescue yonder queen in the safe market. She don't have many bags of delicious grove for us to be able to. You are ridiculous. You'll be grateful for that someday. Shit, where are my keys? That's a dollar for the swear jar. You mean your college, fucked? Keys, please. Shit, where are those keys? Another dollar for the swear jar. You're bankrupting me. Das sind wir. Aha. You can't hide from me forever. Shit. Play nice. Try not to destroy too much of the house. And no Chloe and Max. Hey Max, would you say hi to Chloe and Joyce? Don't forget to remember a reminder. Don't forget to let me die. Don't forget to let me die. Okay. Krass. Nein. 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 How long will this nightmare go on? Was? Um... Was over Max. Let's prove it. Holy shit, Warren. Max is trying to play us both. I guess she's not as innocent as she acts. Not when she's trying to hook up with both of us. I only wanna go ape with you, Chloe. Come here. Goddamn, you are a sexy bitch. Why hang out with Max, huh? Boredom. Plus, she's like my personal puppet. I hear that. Do you want a party? I got a drugstore in my room. Oh, shit. Look at Max spying on us. Take a fucking picture, bitch. Or take a selfie. See? This is how you bust a move, Max. No mosh pit for you, shaka bra. Damn, Victoria. You're a real woman. Not a little girl like Max. I fucking love your tats, Chloe. You're so hot. I can't believe it took us so long to hook up. Why did you get rewind powers? You don't even know how to use them. Rachel's dead and you're still alive. Life is so not fair. I wish you would have never come back to Arcadia Bay. You're the real storm. Okay. Pfff, ich, ähm... Es ist tot und still. Ich... Es... Ich höre nichts. Hallo. Ähm... Ähm... Ja. Die Frage... Sie sagt jetzt gerade irgendwie, du bist der reale Sturm. Vielleicht sind wir ja auch... Sie hat den Schmetterling jetzt auf der Brust mit dem Totenkopf drin. Ich weiß gar nicht, wo wir jetzt sind und was uns jetzt an... Ein Keypad? Sind wir jetzt bei Resident Evil oder Silent Hill? Ähm... Nein, ähm... Ich hab keine... Vielleicht sind wir das auch, dass das alles dem Bach runter geht und... Wir kennen ja... Einige von euch kennen ja auch den Butterfly-Effekt, den Film und alles. Und, ähm... Ach, weißt du, was wir machen jetzt für YouTube? Machen wir jetzt nochmal eine kleine Folgenpause und dann diskutieren wir da gleich nochmal drüber. Also, bis gleich. Und dir... Gleich. Und, bis gleich. auer. Tampa Import, careful Marie. As you know... Wir mlaissen auf dem Weg. Also, wir müssen nicht nehmen jetzt einfach mal... Dä Раз bei dir... Ah! Pause. Premieren nie.. Vielen Dank.